In diesem Video geht es um den Zusammenhang zwischen chemischer Energie, Aktivierungsenergie und Katalysatoren. Im Alltag sind dir vielleicht schon den Begriffe Brennwert oder Heizwert begegnet. Sie bezeichnen die chemische Energie, die du zum Beispiel beim Verbrennen von Kraftstoffen oder beim Heizen mit Kohle gewinnen kannst. Später wirst du noch sehen, dass es spezielle Begriffe für die chemische Energie gibt, die die Umgebungsbedingungen mit einbeziehen. Ein anderes Beispiel ist die Knallgasreaktion. Bei der Wasserstoff mit Sauerstoff aus der Luft explosionsartig zu Wasserdampf verbrennt. Auch in diesem Fall wird chemische Energie in Form von Wärme abgegeben. Allerdings reagieren die beiden Gase nicht sofort miteinander. Erst nachdem die Reaktion mit einem brennenden Streichholz oder Glimmspann gezündet wurde, kommt es zum namensgebenden Knall. Ein Energiediagramm hilft dir, die Ursache dafür herauszufinden. Es zeigt dir, dass Wasserstoff und Sauerstoff zusammen mehr Energie in sich gespeichert haben, als das daraus entstehende Wasser. Dennoch läuft die Reaktion nicht einfach so ab. Der Grund dafür ist die Aktivierungsenergie. Svante Arrhenius hat sie als Barriere beschrieben, die auf dem Weg zum Reaktionsprodukt überwunden werden muss. Man muss also einem Teil der Ausgangsstoffe Energie zuführen, um die Reaktion zu starten. Und die dabei frei werdende chemische Energie hält die Reaktion am Laufen. Dabei gilt, je niedriger die benötigte Aktivierungsenergie ist, desto schneller läuft die Reaktion ab. Für viele Anwendungen wäre es toll, wenn es die Möglichkeit gäbe, die Aktivierungsenergie zu senken. Für unser Beispiel der Knallgasreaktion gibt es eine solche Möglichkeit. Bringt man Platin in ein Gemisch aus Sauerstoff und Wasserstoff, dann findet die Reaktion auch ohne Zündung statt. Platin übernimmt hier die Funktion eines Katalysators. Was sind denn Katalysatoren? Katalysatoren senken die Aktivierungsenergie von Reaktionen und bleiben dabei selber unverändert. Sie bieten dabei gleich mehrere Vorteile. Sie beschleunigen die Reaktion und wirken bereits in kleinsten Mengen. Außerdem werden sie nicht verbraucht, da sie weder Teil der Ausgangsstoffe noch der Endprodukte sind. Besonders wichtig ist, dass in beiden Fällen die frei werdende chemische Energie gleich bleibt. Du solltest dir also merken, chemische Energie ist die Energie, die bei chemischen Reaktionen gewonnen wird. Die Aktivierungsenergie sorgt dafür, dass eine Barriere überwunden wird, sodass diese Reaktion überhaupt ablaufen kann. Katalysatoren sind Stoffe, die diese Barriere absenken und dafür sorgen, dass die Reaktion schneller abläuft, ohne dass der Stoff selber verbraucht wird oder sich die Menge an freigesetzter chemischer Energie ändert. Weitere Videos zu allen neuen Schulfächern findest du auf LearnAttack.de. Melde dich an und erweitere dein Wissen. Du hast etwas nicht verstanden? Kein Problem. Frag einfach unsere WhatsApp-Nachhilfe. Und willst du dein erlerntes Wissen testen? Dann bereite dich optimal mit interaktiven Übungen vor. Unsere zahlreichen Original-Klassenarbeiten und die dazugehörigen Musterlösungen helfen dir von der 5. Klasse bis hin zur Abschlussprüfung. Worauf wartest du noch? Melde dich jetzt auf LearnAttack.de an und lerne mit über 5.000 Videos, Klassenarbeiten und Musterlösungen.